Eine Palliativstation ist in einem Krankenhaus eine Station, häufig angegliedert an eine andere Abteilung. Das kann die Innere sein, die Onkologie, die Geriatrie, auf der Patienten behandelt werden, die eine unheilbare Erkrankung haben, die nur noch eine verkürzte Lebenszeit haben. Diese Erkrankung ist häufig lebensbedrohlich. Das Ambiente auf so einer Palliativstation unterscheidet sich deutlich von dem Umfeld und von der Situation der übrigen periferen Stationen. Das heißt, eine Palliativstation ist in der Regel wohnlicher gestaltet, sie ist kleiner, man hat meistens so um die zehn Patientenzimmer. Sehr häufig sind die Patienten in Einzelzimmern untergebracht und es gibt zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für Angehörige sowie zum Beispiel auch spezielle Aufenthaltsräume. Wir nehmen auf eine Palliativstation Patienten auf, die unter Beschwerden leiden, Beschwerden, die durch eine unheilbare Erkrankung hervorgerufen werden. Diese Beschwerden können körperlicher Art sein, zum Beispiel Schmerzen, Unruhe oder Luftnot. Das können aber auch psychische Beschwerden sein, wie Angst, Verstimmungen und auch soziale Problemkonstellationen oder Konflikte, Versorgungsprobleme, Konflikte mit der Familie zählen dazu, dass wir Patienten auf eine Palliativstation aufnehmen. Die Palliativstation ist keinesfalls eine Station zum Sterben. Vielmehr nehmen wir Patienten auf, die unter Beschwerden leiden, körperlichen oder psychischen Beschwerden, hervorgerufen durch eine nicht mehr heilbare Erkrankung, um diese Beschwerden zu lindern. Wir möchten die Lebensqualität verbessern. Das ist ein Aspekt, der sehr wichtig ist in der Palliativmedizin und bereits früh im Krankheitsverlauf eine große Bedeutung hat. Das heißt, wir möchten früh die Patientenversorgung aufnehmen und sehr viele unserer Patienten werden auch wieder entlassen, entweder nach Hause oder in eine weitere stationäre Einrichtung wie ein Pflegeheim oder ein Hospiz.